SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Jens Berger zu seinem Buch Wem gehört Deutschland? Die wahren Machthaber und das Märchen vom Volksvermögen. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Warum sollte es uns interessieren, ob andere Leute Millionen oder gar Milliarden haben? Wer bescheiden lebt und nicht neidisch ist, der wird die Superreichen vielleicht sogar mitleidig belächeln, weil sie so bedürftig sind. Aber leider wurde der Aufstieg der Milliardäre in den letzten Jahren durch Verschlechterungen bei einfachen Bürgern erreicht. Wird hier der Gesellschaftsvertrag gekündigt und der soziale Friede gefährdet? Überfordert zu viel Luxus die globalen Ressourcen? Herr Berger, wenn jemand ein dickes Auto nötig hat oder eine große Villa, vielleicht auch eine Yacht, ist das nicht eigentlich ein armer Kerl, den man in Therapie schicken sollte? Warum sollte ich mich mit dem beschäftigen? Ja, man kann es natürlich jetzt nicht so isoliert betrachten. Das Problem ist ja jetzt nicht nur auf Seiten der Reichen und das ist kein Problem des Reichtums. Das Problem ist die Vermögensschere, die wir beobachten. Und Schere impliziert ja immer, dass die Reichen reicher werden, aber die Armen auch gleichzeitig ärmer werden. Und das ist natürlich das Problem. Bertolt Brecht hatte das ja mal in seinem Gedicht, Alphabet, hat er das mal wunderschön charakterisiert. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte, bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und da steckt natürlich eine Menge Wahrheit da drin. Was wir beobachten können jetzt über die letzten Jahrzehnte, das ist eine sagenhafte Umverteilung von Reichtum von unten nach oben. Nun ist das ja nichts Neues. Unser Hörer Frank Schott weist im Blog, also im Internet-Diskussionsforum darauf hin, dass wir vor über 30 Jahren schon Sendungen gemacht haben mit Bernd Engelmann zum Beispiel, meine Freunde, die Millionäre und so weiter. Und schon damals war der Abstand relativ groß. Das war der Abstand relativ groß, bloß die damalige Zeit war dadurch charakterisiert, dass auch die Mittelschicht und auch die Unterschicht, damals durfte man noch gar nicht davon reden, auch, dass es denen von Jahr zu Jahr auf bescheibendem Niveau besser ging. Also dass die Schere hat sich damals noch nicht in der Form geöffnet. Im Gegenteil, es gibt also ein statistisches Maß für, das nennt sich der Gini-Koeffizient. Der ist bis zum Jahr 1993 in Deutschland, ist der von Jahr zu Jahr zurückgegangen. Also sprich, Deutschland wurde von Jahr zu Jahr gleicher. Zu Beginn der 90er Jahre hat da allerdings so ein Paradigmenwechsel stattgefunden, bei dem die Vermögensschere sich dann von Jahr zu Jahr rapide geöffnet hat. Also das Problem gab es natürlich schon immer, das ist klar. Es gab natürlich nie eine hundertprozentige Gleichheit. Ist natürlich auch die Frage, ob das überhaupt erstrebenswert ist. Aber was wir beobachten konnten in den letzten Jahren, das ist das Öffnen, die Spreizung der Vermögensschere, auch der Einkommensschere übrigens, rapide zugenommen hat. Und das ist natürlich eine Sache, die einen eigentlich verunsichern sollte. Warum sollte es einen verunsichern? Einmal natürlich, weil es vielleicht was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und die Leute das Gefühl haben, dass das einfach von der Leistung her nicht gerechtfertigt sein kann, wenn Leute so viel mehr bekommen als andere. Aber ein Hörer aus Sulzbach, Michael Gerlach, hat gerade eine Mail geschickt. Er hat das Gefühl, dass wir sowieso seit langer Zeit in einer Art Aristokratie leben, halt in etwas modifizierter Form. Und viele Leute haben ja den Eindruck, dass unsere Demokratie nur noch auf dem Papier besteht. Das ist natürlich ein weiteres Problem, das damit zusammenhängt. Vermögen bedeutet auch immer Macht. Und Macht bedeutet auch Einflussnahme. Wenn wir uns, ich werfe jetzt nur mal einen Namen in den Ring, das ist beispielsweise die Familie Bertelsmann über ihre Bertelsmann Stiftung. Man könnte eine andere Familie nennen. Die üben natürlich ganz massiv auch Einflussnahme auf den politischen Dialog. Wenn man sich mal anschaut, die Tageszeitungen mit einer Auflage von höher als, von mehr als 200.000 Exemplaren pro Tag, die gehören bis auf zwei Ausnahmen. Gehören sie sämtlich Familien, die in den Top 500 des Manager Magazins vertreten sind, also den 500 reichsten Familien Deutschlands. Und ja, dort gibt es natürlich so etwas wie Klassenbewusstsein. Wir sind mal mit einem ganz anderen Kontext, dass dort natürlich dann auch eine, ja, Einfluss auf den politischen Dialog genommen wird im Sinne dieser vermögenden Familien. Nun arbeiten Sie selbst ja für ein kritisches Medium, nämlich für die Nachdenkseiten. Und man könnte sagen, solange es sowas noch gibt wie diese Nachdenkseiten im Internet oder einige wenige, etwas oder mehr alternativen Zeitungen, da funktioniert doch das Ganze noch. Ja, sicherlich, bloß wir sind natürlich Oasen in der Wüste. Also es ist ein Kampf David gegen Goliath. Wenn man sich einmal die Nachdenkseiten anschaut, wir haben, worauf wir sehr stolz sind, 70.000 Leser am Tag. Wenn wir das allerdings jetzt gleich mal vergleichen mit BILD.de oder mit Spiegel Online, ist das natürlich nur eine sehr, sehr, erreichen wir nur eine sehr, sehr kleine Leserschicht. Und da ist natürlich keine Waffengleichheit gegeben. Sie weisen gleich auf der ersten Seite Ihres Buches darauf hin, dass Neid zu den sieben Todsünden gehört. Und Sie weisen es weit von sich, dass Ihre Diskussion etwas mit Neid zu tun hat. Dazu ist im Blog ein ganz interessanter Eintrag gekommen von Jürgen Engel. Weil der weist darauf hin, Neid gäbe es ja eigentlich nur auf vergleichbarer Ebene. Also ich bin nur dann neidisch, wenn derjenige, auf den ich neidisch bin, mir eigentlich verhältnismäßig nahe steht. Ja, das ist natürlich der Punkt, das ist klar. Auch das ist natürlich eine Folge dieser Entwicklung, dass wir immer mehr Parallelgesellschaften in Deutschland haben. Jetzt auch wieder in einem anderen Kontext, in dem es in der Tagespresse darüber berichtet wird. Die Reichen schotten sich natürlich immer stärker ab von den Armen. Und andererseits, die Armen werden dazu gezwungen, sich auch immer stärker von den Reichen abzuschotten. Wenn ich mir das mal überlege, ich bin Jahrgang 1972. Damals war es selbstverständlich, dass die Kinder von, wie es damals hieß, Sozialhilfeempfängern und die Kinder von Industriellen beispielsweise in der Schule zumindest in einer Klasse waren. Und auch die Kinder von Sozialhilfeempfängern die Möglichkeit hatten, eine höhere Schulbildung zu erreichen und zu studieren. Und das ist heute, ist das ein absoluter Ausnahmefall. Heute geht der Trend eher dahin, dass die Wohlhabenden ihre Kinder auf Privatschulen schicken und diese Privatschulen natürlich dann auch besser finanziell dastehen. Und was ganz wichtig ist bei der ganzen Debatte, dass natürlich die Chancengleichheit, die ist nicht gegeben. Und das ist natürlich eine Folge des Öffnens der Vermögensschere. Und ganz interessant ist ja, dass es dabei auch um Ökonomie geht. Sie zitieren Herrn Goldbraith, einen amerikanischen Ökonom, der schon früher sah, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Verteilung von Vermögen und der Stabilität des Wirtschafts- und Finanzsystems. Wenn man jetzt die ganzen heutigen Krisen anguckt, kann man da wirklich nachweisen, dass das auch etwas damit zu tun hat? Wenn wir uns zum Beispiel mal die Euro-Krise heute anschauen, das ist größtenteils natürlich auch eine Nachfragekrise. In den südeuropäischen Ländern muss gespart werden, also die Austeritätspolitik wird dort gnadenlos durchgedrückt, was natürlich auch dazu führt, dass die normalen Menschen, die den Großteil der Güter nachfragen, immer weniger Geld in der Tasche haben und daher auch immer weniger Güter nachfragen können. Und das schädigt natürlich die Gesamtökonomie, das schädigt dann letztendlich auch die Staatsfinanzen, da weniger Steuern eingenommen werden, da beispielsweise für die Unterstützung von Erwerbslosen oder das Aufstocken immer mehr Geld in die Hand genommen werden muss. Da sinken die Einnahmen und es steigen die Ausgaben. Und insofern ist auch die Euro-Krise natürlich eine Folge der Verschiebung der Vermögensverteilung, also der Ungleichgewichtung natürlich. Nun konnte man ja noch vor, sagen wir mal, 10 oder gar 20 Jahren den Leuten einigermaßen glaubwürdig versichern, dass kein Geld da sei und dass wir sparsam sein müssen. Ich könnte mir allein hier in Saarbrücken oder beim Saarländischen Rundfunk unglaublich viel vorstellen, was man alles machen könnte, wenn man Geld hätte. Nun ist ja Geld da, also wer auch nur ein bisschen informiert ist, weiß, dass Milliarden und Abermilliarden um den Globus flitzen. Also es ist massig Geld da, es ist nur an der falschen Stelle und man müsste es irgendwie schaffen, das viele Geld von der falschen Stelle an die richtige Stelle zu holen. Ja, genau das ist der Punkt. Ich meine, die Aussage war vor 20 Jahren natürlich schon falsch, auch vor 20 Jahren war genug Geld da. Aber ich meine, dass heute mehr als genug Geld da ist, es ist ja offensichtlich ist das. Umso erstaunlicher ist es, dass die Politik da eine, ich nenne es mal eine Fantasielosigkeit an den Tag legt, dieses Geld, das offensichtlich ist, nicht zu finden und nicht stärker zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben herbeizuziehen. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, dass die Politik daran gar kein Interesse hat, sie will es nicht. Auch da ist sicherlich ein Stück Wahrheit dabei. Dann müsste man aber fragen, warum, denn das klingt ja dann doch sehr nach Korruption oder ich weiß nicht was. Denn ich habe in Ihrem Buch, bei weitem nicht nur in Ihrem Buch gelesen, dass allein die Vermögenszuwächse, wenn man die einigermaßen abschöpfen würde, würde das schon reichen, um die gesamte Staatsverschuldung zurückzuführen und sogar abzuschaffen. Ich rede wohl mehr von den Zuwächsen. Man muss sich das ja auch mal klar machen, wie man eine Milliarde hat und hat jetzt drei Prozent Zuwachs. Da sind das 30 Millionen Zuwachs im Jahr. Wenn man von den 30, 20 wegnehmen würde, wäre der Mann kein Pfennig ärmer, er wäre sogar 10 Millionen reicher. Ja, das ist richtig. Also allein die Vermögenszuwächse der Millionäre, also das sind diejenigen, die das selbstgenutzte Haus zählt, da übrigens nicht, die mehr als eine Million Vermögen verfügen. Wenn man die Zuwächse nur von diesen Millionären nehmen würde und die zur Hälfte besteuern würde mit 50 Prozent und davon die Staatsschulden abbauen würde, dann wäre Deutschland nach sechseinhalb Jahren schuldenfrei. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Jens Berger zu seinem Buch Wem gehört Deutschland? Erschienen im Westend Verlag, Preis 17,99 Euro. Sie können sich mit Fragen an den Autoren der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Es sind schon viele Mails eingegangen unter Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir jetzt mal den ersten Anruf. Durchschnittsverteilungen haben häufig etwas Verfleierendes. Letzte Woche ging durch die Medien, dass die Deutschen pro Kopf am meisten von der europäischen Einigung profitieren. Können Sie sagen, wie sich das in der Realität verhält? Da gibt es ein wunderschönes russisches Sprichwort. Das heißt, der Teich war im Schnitt ein Meter tief und trotzdem ersofft die Kuh. Das ist mit dem Durchschnitt, ist das immer so eine Sache. Wenn man sich einmal die Vermögensverteilung anschaut, ein Prozent der Deutschen gehört fast die Hälfte des Gesamtvermögens Deutschlands. Den obersten 0,1 Prozent gehört fast ein Viertel. Und es ist natürlich klar, dass wenn es in Deutschland in den letzten Jahren einen Wirtschaftsaufschwung gegeben hat, dann war er ja meist auf die Exportindustrie fokussiert. Die Exportindustrie, die gehört nun aber garantiert nicht dem Mittelstand oder dem normalen Mann auf der Straße, sondern es sind zum absoluten Großteil Großkonzerne, die noch nichtmals unbedingt Deutschen gehören, sondern die Besitzer sind international verteilt. Das können Fonds sein, das können Hedgefonds sein, das können irgendwelche Spekulanten sein aus den USA, aus Großbritannien und so weiter und so fort. Und daher ist natürlich diese Aussagen, wie Deutschland profitiert von XYZ, das muss jetzt hier nicht unbedingt nur auf die Europäische Union bezogen sein, mit äußerster Vorsicht zu genießen, da dieser Satz nicht aussagt, dass der normale Deutsche davon profitiert. Es ist ja überhaupt so mit den Medienberichten. Sie haben in Ihrem Buch auch das Beispiel, dass wir vor einiger Zeit alle gehört haben, die Deutschen seien im Prinzip die ärmsten Leute in Europa, wo man auf den ersten Blick schon sagen würde, kann das wirklich stimmen? Aber es wurde uns in der Zeitung und überall gesagt. Und da ist ja die Frage, was rechnet man da? Rechnet man die private Alters- und Krankenversicherung? Rechnet man die zum Vermögen? Ja gut, dann sind privatisierte Gesellschaften reicher als weniger privatisierte und so weiter. Ja, das Ganze ist komplett paradox, was Sie gerade eben schon sagten mit der Altersvorsorge. Es ist klar, wenn ich persönlich für meine Altersvorsorge anspare, dann habe ich Geld in der Lebensversicherung oder gar auf meinem Konto, wie auch immer. Bin dadurch statistisch natürlich wohlhabender, als wenn ich mich jetzt darauf verlasse, dass im Alter eine gesetzliche Rente, eine Umverteilungsrente, mir ein ordentliches Auskommen garantiert. Daher macht die ganzen neoliberalen Reformen, die machen auf dem Papier, machen sie dann in der Tat reicher, obwohl man eigentlich ärmer wird. Das Bildungssystem gehört auch dazu, wenn ich jetzt privat für das Studium meiner Kinder beispielsweise mir Geld ansparen muss, dann bin ich auf dem Papier, bin ich dann natürlich wohlhabender. Allerdings, wenn es, also jetzt im Vergleich dazu, wie wenn es ein staatlich finanziertes Studium gibt, denn dann muss ich nicht zurücklegen. Das andere Seite muss man natürlich auch immer mit einbeziehen, was passiert mit dem Geld, wenn ich beispielsweise darauf zählen kann, dass meine Kinder kostenlos studieren können, dann gebe ich das Geld, was ich ansonsten ansparen würde, natürlich auf andere Art und Weise aus, was natürlich gut für die Wirtschaft ist. Denn wenn ich das Geld auf welche Art und Weise auch immer in den Wirtschaftskreislauf bringe, dadurch erzeuge ich natürlich diesen Wachstum, aus dem unter anderem auch höhere Gehälter gezahlt werden können. Interessant bei dieser Untersuchung, bei dieser angeblichen Untersuchung war ja auch, da wurden Haushalte miteinander verglichen. Jetzt weiß jeder, dass in Deutschland die Haushaltsgröße enorm schrumpft. Es gibt viele Single-Haushalte, viele mit zwei Personen plus höchstens einem Kind. In Südeuropa gibt es viele Haushalte mit zehn Personen. Dass die natürlich dann alle zehn zusammen ein bisschen mehr Einkommen haben, das ist nicht nur richtig, das ist auch notwendig. Das ist ein weiteres Problem, das stimmt, die Haushaltsgröße ist nicht vergleichbar. Und wenn man sich das mal anschaut, vor allen Dingen bei der Mittelschicht, der mit Abstand größte Vermögensfaktor ist immer das selbstbewohnte Haus. In Deutschland ist nun, das hat natürlich historische Gründe, durch den Zweiten Weltkrieg, das betrifft Deutschland und Österreich, da ist die Eigentumsquote am geringsten in der Europäischen Union, während sie in Südeuropa höher ist. Und dann kommt noch hinzu, was dem Ganzen dann noch das i-Tüpfelchen aufsetzt, ist, dass die Immobilienwerte, die für diese Studien herangezogen wurden, dass die zum Höhepunkt der Immobilienblase aufgenommen wurden. Das ist natürlich klar, dass ein Haus in Spanien, das auf dem Papier jetzt eine Millionen wert ist, den statistischen Spanier ein wenig reicher macht, aber niemand fragt, ob dieser Wert denn überhaupt realistisch ist. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Ist die Werbung die größte gesteuerte Macht, besonders das Fernsehen? Naja, wenn wir einmal uns betrachten, wie wir zu dieser Entwicklung gekommen sind, wie, wann die Vermögensschere, wann das begonnen hat, dass die sich geöffnet hat, da kommen einem dann natürlich diese neoliberalen Reformen, die vor allen Dingen von der rot-grünen Regierung damals umgesetzt wurden, die kommen dann natürlich sofort in den Sinn. Und da natürlich haben die Medien, es waren die Fernsehsender, es waren aber auch natürlich auch die Zeitungen, haben dann ganz massiv eine Einflussnahme genommen auf die politische Debatte. Also insofern haben die Medien, wenn man das so sagen darf, haben natürlich ihren Teil dazu beigetragen, dass die Sache so gekommen ist, wie sie gekommen ist. Ihr Buch heißt Wem gehört Deutschland? Reden wir doch vielleicht jetzt mal darüber, wem Deutschland nicht gehört, obwohl man oft glaubt, dass Deutschland denen gehören würde. Das sind jedenfalls mal ganz sicher nicht die Selbstständigen. Nein, die Selbstständigen überhaupt nicht, denn ein Großteil der Selbstständigen sind sogenannte Solo-Selbstständige. Das heißt, sie haben keine Mitarbeiter, sie arbeiten nur für sich selbst. Und gerade bei diesen Solo-Selbstständigen gibt es einen ganz großen Anteil, der weniger, also durchschnittlich verdient ein Selbstständiger, ein Solo-Selbstständiger verdient weniger als ein Arbeitnehmer. Der Anteil an Selbstständigen, die unter dem jetzt verabschiedeten Mindestlohn liegen, liegt bei über einem Viertel. Und interessanterweise die Selbstständigen, die profitieren ja jetzt auch nicht vom gesetzlichen Mindestlohn. Im Gegenteil, es ist zu erwarten, dass noch mehr Leute, gerade eben so aus dem prekären Bereich, dass die in eine Zwangsselbstständigkeit geschickt werden. Bei den Selbstständigen ist es nur ein ganz, ganz geringer Teil, der dafür dann aber über einen sehr, sehr großen Anteil des Betriebsvermögens verfügt. Also auch da ist der Durchschnitt, ist da auch so eine fragwürdige Geschichte. Dasselbe gilt natürlich auch für Kleinunternehmer. Die sind zwar Unternehmer und damit würde man denken, das sind große Kapitalisten oder ich weiß nicht was, aber die verdienen auch oft sehr, sehr wenig, obwohl sie, also gerade die Kleinunternehmer und der Mittelstand, in puncto Ausbildungsplätze und Stellen ganz Großartiges tun. Ja, in der Tat, in der Tat. Das ist ja auch, ich schaudere immer, wenn ich dann höre, dass die Bundesregierung beispielsweise eine wirtschaftsfreundliche Politik betreibt oder von neoliberalen Professoren eine wirtschaftsfreundliche Politik gefordert wird, eben halt durch diese neoliberale Politik. Das ist natürlich der blanke Hohn ist das. Denn was hierzulande als wirtschaftsfreundlich verkauft wird, das dient natürlich nur einem sehr, sehr, sehr kleinen Teil der Wirtschaft, der allerdings ja einen Großteil des Umsatzes macht. Das sind ganz, ganz wenige Unternehmen, die für den Großteil des Exports sich auch verantwortlich zeichnen, die allerdings sowohl, was die Beschäftigtenzahl angeht, als auch was die Zahl der Ausbildungsplätze angeht, dann wiederum nur einen sehr kleinen Teil der Torte haben. Karl Barth aus Neustadt an der Weinstraße hat eine Mail geschickt. Er bittet Sie etwas zur Definition der sogenannten Mittelklasse in Deutschland zu sagen, und zwar in puncto Arbeitseinkommen und Vermögen. Und dann würde er gerne wissen, wie hoch denn das politische Gewicht dieser tatsächlichen politischen Einflussmöglichkeiten ist bei dieser sogenannten Mittelklasse. Ja, gut, es gibt da keine, also eine allgemein verbindliche Definition der Mittelklasse gibt es gar nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Definitionen, die sich meist am Einkommen bemessen, die allerdings meines Erachtens überhaupt nicht überzeugend sind. Denn wenn ich beispielsweise, wenn ich ein wenig über dem Durchschnittseinkommen liege als Single-Haushalt mein Geld aber verprasse, dann gehöre ich statistisch, gehöre ich dann nicht mehr zur Mittelklasse, sondern wahrscheinlich schon zur Oberschicht. Aber dennoch, sobald ich meinen Job beispielsweise verliere, stehe ich mit Hartz IV da und gehöre zur Unterschicht. Also diese Definition, die kann es eigentlich gar nicht sein. Ich würde es mal so sagen, also dass die, wenn man sich das Vermögensspektrum anschaut, dass diejenigen, die nicht zu den oberen 5% gehören, da würde ich die Grenze ziehen von der Oberschicht zur Mittelschicht. Und das interessanterweise, das hatte Ulrike Herrmann ja hier in einer Sendung schon mal gesagt, ist ein Großteil vor allen Dingen der oberen Mittelklasse, Mittelschicht, sieht sich selbst als Oberschicht und macht deshalb bei den Wahlen auch immer wieder ihr Kreuzchen bei den Parteien, die eigentlich eine Klientelpartei für die Oberschicht machen. Also gerade die Mittelschicht hat gar kein Klassenbewusstsein. Dazu gibt es noch dieses wunderschöne Zitat von Warren Buffett, einer der reichsten Männer der Welt. Der hat mal gesagt, ja, es gibt einen Klassenkrieg, aber es ist meine Klasse, die ihn gewinnt. Es ist ja überhaupt, das Wort Mittelstand oder Mittelschicht suggeriert ja, dass es in der Mitte liegt. Jetzt ist die Frage, die Mitte von was? Also wenn unten Leute sind, die vielleicht 800 Euro im Monat haben und ich denke, ich wäre Mittelschicht, wenn ich 3000 Euro im Monat habe, dann ist der Abstand nach oben so gigantisch. Das heißt, wenn ich die oberen mit einbeziehe, ist das, was sich hier in Deutschland für Mittelschicht hält, eigentlich vielleicht gehobene Unterschicht. In der Tat, ja. Da gibt es auch den großen Unterschied zwischen dem Durchschnitt und dem Median. Gerade bei solchen Sachen wie beim Vermögen, wo es halt ganz, ganz wenige Ausreißer gibt, halt die Superreichen, die über den absoluten Großteil des Vermögens verfügen. Das verzerrt natürlich den Durchschnitt nach oben. Kommt ja, ich glaube, alle paar Monate, bringt die Bundesbank ja ihren neuen Vermögensbericht dort raus. Und dann lesen wir ja auch immer in den Zeitungen, wir Deutschen sind reicher geworden, und wir Deutschen besitzen 220.000 Euro im Schnitt. Das ist natürlich der Durchschnitt dann immer. Das ist prinzipiell komplett uninteressant für uns, da dieser Durchschnitt so massiv verzerrt ist von den wenigen Ausreißern oben. Hören wir noch eine Frage. Welche Gründe gibt es seitens der Politik, die sogenannten Reichen nicht höher besteuern zu wollen? Rationale Gründe gibt es da gar keine. Irrationale Gründe gibt es allerdings jede Menge. Das kann ich mal als Beispiel heranführen. Vor den letzten Bundestagswahlen haben ja die Grünen, also eine Partei, die eigentlich ja unverdächtig ist, eine Klientelpolitik für die Unterschicht zu machen, sind ja mit einem Programm für höhere Einkommensbesteuerung und für eine Vermögensbesteuerung sind sie in den Wahlkampf gegangen und wurden dafür gnadenlos von den Medien abgestraft. Was sich letztendlich dann natürlich auch auf das Wahlergebnis ausgewirkt hat. Und daran sieht man auch bei internen Debatten bei anderen Parteien, bei der SPD beispielsweise, auch da wird ja massiv Einfluss genommen, dass diejenigen, die mal eine höhere Vermögensbesteuerung oder überhaupt eine Vermögensbesteuerung oder eine höhere Einkommensbesteuerung ins Spiel bringen, dass die dämonisiert werden. Und das ist natürlich nicht gut für die politische Karriere. Aber das Hauptargument ist ja doch wohl, dass man davon ausgeht, dass die Reichen, wer immer das jetzt genau ist, also ich sage mal wirklich Leute, die Richtung eine Milliarde gehen oder so, dass die ja auch, wenn man ihnen Geld wegnehmen würde, erstens mal ins Ausland gehen, wo sie zum Teil sowieso schon sind, oder sie würden eben nicht mehr in Deutschland investieren. Das heißt, es würde uns Arbeitsplätze kosten unterm Strich. Ja, also das fange ich mal mit dem letzten Argument an. Also das ist, ziemlich unsinnig ist das, denn die Investitionen kommen immer dahin, wo der Markt ist. Und selbstverständlich, auch nehmen wir mal beispielsweise den Herrn Alois Müller mit seiner Müllermilch. Der ist zwar geflohen aus Deutschland, da ging es übrigens nicht um eine Vermögensbesteuerung oder Einkommensbesteuerung, sondern da ging es um die Erbschaftssteuer. Er will sein Unternehmen, deshalb lebt er jetzt in Österreich, möglichst ohne überhaupt einen Centsteuer zu bezahlen, an die nächste Generation weitergeben. Okay, davon ist er nach Österreich gegangen. Aber selbstverständlich investiert er weiterhin in Deutschland und baut seine Molkereien jetzt nicht in Österreich auf. Und gegen das erste Argument, da gibt es ein wunderbares Gegenargument, erstaunlicherweise aus den erzkapitalistischen, in Anführungszeichen, Vereinigten Staaten von Amerika. Dort wird es steuerlich so gehandhabt, dass das weltweite Einkommen besteuert wird und dass es uninteressant ist, prinzipiell, wo man seinen Wohnsitz hat. Also sprich, wenn ein deutscher Staatsbürger sich seinen Wohnsitz in Monaco, ist ja da sehr beliebt auch als Steueroase, hat, muss er weiterhin in Deutschland seine Steuererklärung für sein weltweites Vermögen abgeben. Was er in Monaco dort zahlt, sollte er was zahlen, kann er dann als Ausgaben natürlich entgegenrechnen. Das wäre eine Möglichkeit. Die USA machen das. Die USA machen das schon seit Ewigkeiten. Dort gibt es auch keinen großen Protest dagegen. Und wer das nicht machen will, der muss dann halt seine Staatsbürgerschaft abgeben, was ja auch möglich ist. Sie haben Erbschaft gerade angesprochen. Das ist ja auch so ein Knackpunkt, denn es ist relativ leicht einzusehen, dass ein Erbe dafür nichts geleistet hat. Also dieses schöne Argument von dem Leistung und Leistung muss sich lohnen und so weiter, das gilt da ganz bestimmt nicht. Trotzdem wehren sich Leute heftig dagegen, dass Erbschaften deutlich besteuert werden. Und Sie sagten ja gerade, der geht schon ins Ausland. Andere machen dann irgendwelche sehr dubiosen Stiftungen, was man ihnen allerdings auch ermöglicht, um keine Steuern bezahlen zu müssen. Selbst bei Aldi ist ja gerade einer gestorben. Da geht es ja um richtig viel Geld. Da fließt auch keine Erbschaftssteuer. Nein, da fließt keine Erbschaftssteuer. Das ist ja das große Problem, dass das auch politisch ermöglicht wurde, diese Steuersparmodelle über Stiftungen. Weil diese Stiftungen haben natürlich einen gewissen Vorteil. Bei Aldi beispielsweise, da geht es halt nicht nur darum, dass keine Steuern bezahlt werden müssen. Sondern es geht natürlich auch darum, dass das Unternehmen jetzt nicht von irgendwelchen Heuschrecken oder von der Konkurrenz geschluckt werden kann. Es geht auch darum, dass wenn man jetzt Kinder hat, die man selbst als nicht unbedingt fähig dafür erachtet, das Lebenswerk weiterzuführen, dass man über die Art und Weise das Unternehmen retten kann, da bieten Stiftungen eine Möglichkeit dafür. Was allerdings nicht erklärt, warum diese Stiftungen steuerlich befreit sind. Man ist es ja schön und gut. Man kann dieses Stiftungsmodell ja lassen. Aber es kann ja nicht sein, dass die da deshalb von der Erbschaftssteuer befreit werden. Und auch ansonsten, natürlich gerade mittelständische Unternehmen, das ist natürlich ein Problem, wenn dort ein Generationswechsel stattfindet, wenn dann plötzlich hohe Steuern anfallen. Aber herrje, die Politik hat doch alle Möglichkeiten. Man kann doch kreativ sein. Kein Unternehmen kann gezwungen werden, beziehungsweise kein Unternehmer kann gezwungen werden, mit einem Unternehmen, das rote Zahlen schreibt, dass er plötzlich das Unternehmen verkaufen muss, nur weil er eine Steuer bezahlen muss. Das haben wir gesehen beim Lastenausgleichsgesetz 1952. Da wurden die Superreichen in Deutschland, wurden mit bis zu 50 Prozent ihres Vermögens, wurden sie besteuert. Das war eine Vermögensabgabe, die allerdings über 30 Jahre abgestoßert werden konnte. Und das kann man natürlich auch als Vorbild für eine Erbschaftssteuer, für eine gute Erbschaftssteuer nehmen. Und ein Unternehmen, das es nicht schafft, das wäre dann ungefähr 2,5 Prozent der Erdmasse pro Jahr an den Fiskus abzuführen, ja, das hat dann wahrscheinlich ohnehin große Probleme. Nun wird ja oft gesagt, dass das so eine Art Selbstläufer ist, weil einfach unser Geld- und Finanzsystem nicht stimmt. Und wahr ist ja auch, solange es Zins und Zinseszins gibt, ist ganz klar, dass bestimmte Sachen immer weiter nach oben gehen. Und wenn man da nicht gegensteuert, ist es auch so wie jetzt im Moment zum Beispiel. Wir kleinen Sparer bekommen fast überhaupt keine Zinsen. Andere Leute bekommen für ihre Geldanlagen relativ große Beträge, also Renditen von 6, 7 Prozent. Das gibt es alles und mehr. Und trotzdem sagen sie, das ist kein Selbstläufer. Es kann politisch etwas dagegen gesteuert werden. Ja, selbstverständlich. Also das mit dem Zinseszins, das ist natürlich insofern, ist das momentan ein kleines Problem, da die Banken ganz schlichtweg kein Geld brauchen von Sparern. Und da sie kein Geld brauchen, müssen sie auch keine Zinsen dafür bezahlen. Das ist ein konjunkturelles Problem, das wahrscheinlich auch noch länger anhalten wird. Während es ja die Grundregel gibt beim Zins, dass Zins und Risiko immer einhergehen. Das heißt, wenn ich ein großes Risiko eingehe, kann ich dafür auch einen höheren Zins nehmen. Bloß, das ist momentan so ein bisschen durcheinander gegangen, dass, nehmen wir mal als Beispiel griechische Staatsanleihen, kein vernünftiger Mensch würde momentan griechische Staatsanleihen zeichnen, die Finanzindustrie tut es, kassiert dafür diese Risikoprämie durch hohe Zinsen. Allerdings geht sie dieses Risiko de facto nicht ein, da die EZB dahinter steht und ihnen sagt, pass auf, komme was wolle, wir hauen euch da raus. Und das ist etwas, was da grundsätzlich schief geht. Ich meine, es ist ja paradox, dass ich jetzt hier auch noch den Markt retten muss, beziehungsweise marktwirtschaftliche Argumente ins Spiel bringen muss. Aber was wir momentan machen, das ist ein Bankensozialismus und es ist keine freie Marktwirtschaft. Wie ist es denn eigentlich zu erklären, dass die Schere zwischen Arm und Reich lange Jahre, sogar Jahrzehnte nicht weiter auseinandergegangen ist, obwohl es damals deutlich höhere Zinsen gab? Na, ich glaube, vor allen Dingen gab es auch höhere Steuersätze. Also das mal Punkt eins. Punkt zwei gab es damals natürlich ein volkswirtschaftliches Wachstum, das auch ordentlich verteilt wurde, was vor allen Dingen natürlich die Löhne sind. Und das ist klar, gerade eben für die Mittelschicht, wenn wir es so bezeichnen wollen, ist natürlich das Einkommen, also Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit, ist natürlich der Faktor Nummer eins, um Vermögen aufzubauen. Von Vermögenseinkommen können eigentlich nur die Reichen leben. Und das läuft ja parallel zum Öffnen der Vermögensschere seit ungefähr 20 Jahren, dass wir hier in Deutschland keine Reallohnsteigerungen mehr haben. Und es ist vollkommen klar, wenn wir von Jahr zu Jahr nicht mehr verdienen, können wir uns natürlich auch keinen Vermögenstock aufbauen, sprich können nicht reicher werden. Kann man vielleicht ganz gut illustrieren. Das Beispiel an der Krankenhausprivatisierung, das habe ich im Buch gebracht. Wenn wir mal die großen Krankenhauskonzerne nehmen, wie beispielsweise Asklepios, gehören halt einer Privatperson, in dem Fall dieser Bernhard Große-Beuermann, der einen sagenhaften Aufstieg hingelegt hat, einer der wenigen, die ihr Geld nicht geerbt haben, sondern selbst erarbeitet haben. Also ihr Vermögen, ihr Milliardenvermögen, was natürlich dann aber auch einhergeht, erinnert uns, wenn wir wieder anbrecht, dass die Krankenschwestern, die Ärzte, die Raumpfleger beispielsweise und die Hilfskräfte in den Krankenhäusern von Jahr zu Jahr weniger verdienen. Und das ist natürlich diese Umverteilung von unten nach oben. Während die Krankenschwester immer weniger verdient, verdient der Krankenhauskonzernbesitzer immer mehr. Er wird Milliardär. Sie steht vor dem Problem, dass sie kaum ihre Miete bezahlen kann, geschweige denn, sich vielleicht ein Haus, ein Eigenheim leisten kann, mit dem sie ihr Vermögen aufbaut, von dem sie auch im Alter zehren kann. Schadet uns denn nicht etwa auch dieses ständige Billig-Kaufen? Also gerade da zum Beispiel, wo es um Textilien geht oder auch beispielsweise, wenn es um Spargel geht, denn Leute, die ja Spargel ernten, beziehungsweise Textilien herstellen, die werden doch oft sehr, sehr ausgenutzt. Und ich meine, das muss nicht sein, Qualität darf durchaus auch ihren Preis haben. Aber wenn ich jetzt ein T-Shirt für zwei Euro kaufe oder für fünf bei Primark, zum Beispiel in Saarbrücken, dann muss ich mich doch fragen, in welcher Welt leben wir? Ja, das Problem ist ja bei Primark, da bin ich mir relativ sicher, dass dort keine ordentlichen Löhne gezahlt werden. Das andere Problem ist allerdings, wenn ich jetzt in eine Nobelboutique gehe, kann ich mir auch nicht sicher sein, dass die Sachen nicht einfach nur aufgrund des Designs oder aufgrund der Marke einen komplett überteuerten Preis haben, die Leute aber ordentlich bezahlt wurden in der gesamten Wertschöpfungskette. Also so ein, es gibt Fairtrade-Siegel, aber Fairwork-Siegel, so möchte es man nennen, gibt es nicht. Das ist natürlich ein Problem. Aber in dieses ganze Themengebiet fallen natürlich auch so eine Dienstleistung rein. Nehmen wir mal beispielsweise den Haarschnitt. Jetzt, wo der Mindestlohn eingeführt wurde, haben natürlich einige Friseur-Lobbyisten des Friseurhandwerks gleich wieder auf die Tränendrüse gedrückt, dass jetzt natürlich der Haarschnitt so und so viel teurer wird und sich das keiner mehr leisten kann und dann die Friseursalons schließen müssen. Aber das Ganze ist natürlich, die Argumentation, die hakt natürlich. Es ist klar, dass die Friseuse, die von 4,50 Euro die Stunde arbeiten muss, dass die selbst sich so eine Dienstleistung nicht leisten kann. Sie kann es sich auch nicht leisten, in ein Restaurant zu gehen, in dem die Kellner und die Küchenhilfen ordentlich bezahlt werden. Das ist wohl richtig. Aber wenn man das Ganze mal von hinten aufzieht, wenn die Friseuse dann ordentlich bezahlt wird, wenn der Kellner und die Küchenhilfe ordentlich bezahlt würden, dann haben sie natürlich auch ein Einkommen, das es ihnen gestattet, sich einen teureren Haarschnitt zu leisten. Das ist dieses Nachfrageparadoxon, was wir hier haben. Und natürlich für all diejenigen, die jetzt nicht unbedingt jetzt auf den letzten Cent schauen müssen, denen sei natürlich geraten, sich jetzt nicht nur an solchen Sachen wie Fairtrade zu orientieren, sondern auch mal darauf zu blicken, dass die Leute, die in dem ganzen Wertschöpfungsprozess beschäftigt sind, dass die auch fair bezahlt werden und lieber zu Waren oder zu Dienstleistungen zu greifen, bei denen die Menschen auch menschenwürdig bezahlt werden. Es hat mich in Ihrem Buch überrascht zu lesen, dass die Textilindustrie, die Sie ja auch gerade angesprochen haben, in Deutschland noch sehr stark ist, eine der größten der Welt sogar. Denn in puncto Standortdebatte wird unser Land ja oft geradezu schlecht geredet, übrigens von sehr systemtragenden Leuten schlecht geredet. Und ich war wirklich überrascht zu hören, dass zwar bestimmte Produktionsprozesse ausgelagert worden sind, aber sehr viele andere wichtige Wertschöpfungsbereiche durchaus noch hier sind. Ja, das kann man alles so unter dem Schlagwort Strukturwandel verbuchen. Es käme natürlich auch heute keiner mehr auf die Idee, irgendwelche Massenkonsumgüter, nehmen wir mal beispielsweise Turnschuhe, die in einem Hochlohnland wie Deutschland herzustellen. Hätte natürlich zur Folge, dass so ein paar Schuhe dann 300, 400 Euro kosten würden. Das mag für Designerschuhe in Ordnung sein, aber für normale Turnschuhe geht das nicht. Daher gibt es in Deutschland in der Textilindustrie natürlich hauptsächlich werden hier Produkte hergestellt, die jetzt mal unter in den Hightech-Sektor reinfallen. Das sind Funktionstextilien beispielsweise, bei denen eine hohe Innovationskraft vorhanden ist, die nah am Markt produziert werden müssen und bei denen jetzt auch der Arbeitseinsatz, also was handwerklich da drin steckt, nicht allzu groß ist, sondern der maschinelle Einsatz größer ist. Hans Mehringer aus Bochum fragt, wie kann sich der einzelne Normalbürger gegen die Macht der Superreichen behaupten? Tja, das wüsste ich auch gerne, wahrscheinlich überhaupt nicht. Das ist das Problem. Was nötig wäre, ist das Bewusstsein beim Normalbürger sich entwickelt und dass er davon auch seine Wahlentscheidung abhängig macht? Wir leben in einer Demokratie, in der die demokratischen Parteien, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse und zugespitzt, äußerst opportunistisch sind. Das heißt, wenn sie damit rechnen müssen, dass sie für irgendeine Politik vom Wähler abgestraft werden, dann sind sie durchaus auch dazu in der Lage, diese Politik zu korrigieren und eine andere Politik zu verfolgen. Das Problem ist bloß, dass wir momentan im Volk dieses Bewusstsein ganz einfach nicht haben. Die Vermögensungleichheit und auch die Einkommensungleichheit wird von viel zu wenigen Wählern überhaupt als Problem wahrgenommen und wenn sie als Problem wahrgenommen wird, dann meist als ein Problem unter ferner Liefen, das nicht wahlentscheidend ist. Nun gut, wenn Frau Merkel und Herr Gabriel nicht damit rechnen müssen, dass sie für ihre Politik vom Volk abgestraft werden, dann werden sie sich in ihrer Politik natürlich auch nicht ändern. Nun ist es ja auch wirklich schwierig zu sehen, wieso das problematisch ist. Wie gesagt, ich selbst bin nicht neidisch diesen Leuten gegenüber und es interessiert mich auch gar nicht so wirklich, was die machen und ich muss mir dann auch selbst immer wieder klar machen, also A, ist das vielleicht auch ein Umweltproblem, denn dadurch werden natürlich auch viele Ressourcen verschleudert und B, ist es ein ökonomisches Problem, das eben dazu führt, dass Saarbrücken kein Geld hat, um wichtige Infrastrukturmaßnahmen zu machen, dass andere Leute kein Geld haben, um wichtige, gute Dinge zu tun. mit dem Umweltproblem, da enthalte ich mich lieber einer Meinung, weil es ist natürlich klar, also der Reiche, der kann auch nur ein oder zwei Porsche in einer Garage stehen haben, während wenn man sein Geld aufteilen würde, die Gesamtbevölkerung würden damit wesentlich mehr Automobile beispielsweise gekauft, also ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob das jetzt eine Auswirkung auf die Umwelt hätte und ob es nicht im Endeffekt vielleicht sogar eine negative sein könnte, wenn das Vermögensgleicher verteilt ist. Aber selbstverständlich die ökonomische Auswirkung, die ist natürlich ganz massiv, denn ja, dieses Autos kaufen keine Autos, ist halt klar, das sieht man ja auch an den Einzelhandelsumsätzen in Deutschland, die sind seit 1994 sind die konstant, da gab es kein Wachstum mehr, naja gut, woher soll das Wachstum kommen? Das ist natürlich das Problem und dieser konjunkturelle Impuls, den ja wir vor allen Dingen jetzt hier in Deutschland nötig hätten, um solche Sachen wie beispielsweise wie Einkommensarmut, Altersarmut irgendwann einmal in den Griff zu bekommen, der kann natürlich jetzt nur dadurch ausgelöst werden, dass die Gesamtnachfrage steigt und die kann natürlich nur steigen, wenn ein größerer Teil des Kuchens abgegeben wird. Jens Berger zu seinem Buch Wem gehört Deutschland? Ich bin etwas unzufrieden mit der Begründung, dass die Politik einfach aus irrationalen Gründen da nichts macht. Erstens mal, wer ist die Politik? Das sind doch Parteien, die wir wählen, also wählen wir nur die Doofen, die sozusagen zu unseren eigenen Ungunsten entscheiden und nichts ändern. Was kann man denn nun wirklich tun, damit sich das ändert? Weil letztlich müssten doch sogar die Reichen das einsehen, weil auf die Dauer ist das System so nicht stabil. Das ist in der Tat so und es gibt auch wenige Superreiche, die das bereits einsehen. Beispielsweise der amerikanische Milliardär Nikanauer hat vor wenigen Wochen ein fantastisches Essay veröffentlicht, in dem er warnt, dass wenn wir so weitermachen, wie wir es momentan machen, dann wird irgendwann das Volk sich, er hat das schön plastisch ausgedrückt, sich mit Mistgabeln bewaffnen und die Milliardäre ganz einfach vom Hof jagen. Und es ist natürlich, es ist in der Tat so, eigentlich müsste eine Politik, die darauf angelegt ist, dass die Vermögen gleicher verteilt werden, die müsste eigentlich auch im Sinne der Milliardäre selbst sein. Denn, das ist klar, wie ich gerade eben schon sagte, mehrfach am Ende, jedes Wirtschaftsprozess steht ein Abnehmer und dieser Abnehmer kann immer nur ein Privathaushalt sein. Und wenn die Privathaushalte eben gerade eben dieses Geld nicht haben, dann geht es irgendwann auch mit der Wirtschaft bergab und das ist natürlich auch zulasten der Milliardäre. Daher der Begriff Irrational, der passt da jetzt vielleicht nicht, der ging jetzt mehr in die Begründung der Politik hinein. Also eigentlich eine Politik, die auf eine Angleichung der Vermögen auswehre, ist eigentlich eine rationale Politik in jeglicher Hinsicht. Erlauben Sie mir, dass ich dem amerikanischen Milliardär etwas widerspreche, denn ich glaube, die Lage ist für ihn eigentlich sogar besser. Denn die Bevölkerung wird irgendwann mit Mistgabeln um sich stechen, aber sie wird nicht die richtigen stechen. Das heißt, die Gefahr ist viel größer, da wir ja keine Arbeiter bewegen, wir haben keine starken Gewerkschaften und so weiter. Die Gefahr ist viel geringer, dass es einen politischen Umsturz gibt, als dass es einen ziemlich chaotischen Bürgerkrieg gibt. Und wenn Sie sich auf der Welt umgucken, erleben Sie auch genau das ständig. Es gibt Hunderttausende von Toten im Nahen Osten und überall, wo aber nicht irgendwie aus politischen Gründen gekämpft wird, sondern irgendwelche völlig frustrierten jungen Leute kämpfen gegen andere völlig frustrierte junge Leute. Das ist eine Entwicklung, die uns, wenn alles schlecht läuft, auch bevorstehen könnte. Also meine Fantasie, da sind auch Grenzen gesetzt, wie das beispielsweise in Ländern wie Griechenland oder Spanien weitergehen soll, wenn die Jugendarbeitslosigkeit weiterhin über 50 oder sogar über 60 Prozent liegt. Und wir müssen da jetzt auch nicht nur in den Süden gucken, auch in Deutschland ist die Lage ja nicht wesentlich besser. Man muss nur mal seinen Blick von den Ballungsräumen mal so ein bisschen abwenden und sich ja in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg dort die ländlichen Gebiete anschauen, die teilweise schon komplett ausgestorben sind, in denen es, wenn es überhaupt noch junge Leute gibt, die meist vollkommen hoffnungslos und chancenlos sind. Und ja, ich möchte mal wissen, wie ein Politiker sich dort ernsthaft hinstellen kann und den jungen Leuten dort Hoffnung machen kann. Denn diese Hoffnung, die ist rational momentan ganz einfach nicht vorhanden. Sie kommen ja auch aus einem strukturschwachen Gebiet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und auch dort erlebt man ja eigentlich oft Radikalismus jeder Form in solchen Gebieten. Auch zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit ohne Ausländer und so weiter. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, auch aus der Gegend, aus der ich komme, also das nördliche Harzrandgebiet, ist natürlich dadurch gekennzeichnet, dass es viel zu wenig gut bezahlte Jobs für junge Leute gibt. Meistens gibt es gar keine Jobs für junge Leute, die natürlich dann gezwungen sind, abzuwandern. Und es ist ja meistens so, dass diejenigen, die abwandern, das sind die Fitten und diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen ja ohnehin keinen Job bekommen, auch nicht in Ballungsräumen, die bleiben dann da. Und das führt natürlich ja zur Verelendung gleich in mehrfacher Hinsicht dieser strukturschwachen Räume. Und da muss man sich die politische Frage stellen, ob man das wirklich so hinnehmen will und hinnehmen kann. Wir sprechen in Frage in den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Jens Berger zu seinem Buch Wem gehört Deutschland? Die wahren Machthaber und das Märchen vom Volksvermögen erschienen bei Westend, Preis 17,99 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage in den Autor an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Eduard Engelhardt aus Besigheim, Martin Jakobs aus Merzig und Stefan Kiefer aus Saarbrücken. Noch einen Anruf, bitte. Welchen Vorschlag hätten Sie, mal abgesehen vom Lesen Ihres Buches, um der großen Mehrheit der Unterschichtdeutschen, die sich aber irgendwie zur Mittelschicht zählen, davon zu überzeugen, dass sie auf dem Holzweg sind? Das ist eine sehr gute Frage. Das sind natürlich alles Argumente, die im Buch auch vorkommen. Daher fällt es mir jetzt schwer, irgendetwas zu finden, das nicht im Buch steht. Aber Sie können sich beispielsweise mal überlegen, wie es ausschaut, wenn Sie an das Thema Altersvorsorge denken. Über Generationen hinweg war ja das selbstbewohnte, die selbstbewohnte Immobilie, das eigene Haus, Omas Häuschen, war ja der Grundstock dieser Altersvorsorge. Also sprich, dass man im Alter weniger Ausgaben hat. Das ist klar. Wie soll es heute beispielsweise jemanden, der einen prekären Job hat, der zur Generation Praktikum gehört, ständig seinen Wohnsitz verlagern muss, etc. Wie soll es diesen Leuten möglich sein? Überhaupt noch dieses ihr eigenes Haus sich leisten zu können. Selbst das ist heute ein Privileg, das ja nur relativ wenige genießen. Dann ist man allerdings, wenn man das nicht hat, und das zählt natürlich für andere Vermögenswerte auch, die man fürs Alter vielleicht anspart oder für die Ausbildung der Kinder oder Großkinder ansparen will, die sind dann ganz einfach nicht vorhanden. und dann ist man ja sein Leben lang mit hohen Kosten konfrontiert, die man ganz einfach hat. Sei es jetzt für die immer steigenden Mieten oder auch für andere Dinge wie beispielsweise für die Krankenversicherung, die ja, wenn man das Pech hat und privat versichert ist, auch von Jahr zu Jahr massiv teurer wird, was dann zu Altersarmut führt, was ein großes Problem ist. Und diese Altersarmut ist eine direkte Folge der auseinanderklaffenden Vermögensschere. Hans-Hermann Bohrer aus Losheim am See hat eine Mail geschickt. Er spricht an die Politik des Privatisierens und er meint, dass das angestrebte Freihandelsabkommen TTIP und das noch viel gefährlichere Dienstleistungsabkommen massiv und wenn einmal etabliert irreversibel, also nicht wieder umkehrbare Instrumente schafft, um diese Ungerechtigkeit auf Dauer zu zementieren. Sehen Sie das auch so? Das sehe ich auch so. Das sehe ich hundertprozentig so. Und das ist momentan wohl das Thema überhaupt. Leider, ich wurde ja auch schon gefragt, was man da politisch machen kann, um dagegen zu steuern. Leider ist das jetzt natürlich wieder eine Sache, wo man nichts zum Besseren verändern kann, sondern wo man einfach nur eine weitere, absolut katastrophale politische Reform abwenden muss. Also wenn TTIP und TISA, wenn das durchkommen, das sind ja trojanische Pferde. Was da genau drin steckt, das weiß ja noch nicht mal jemand, weil die ganzen Verhandlungen sind ja geheim. Das ist der Öffentlichkeit noch gar nicht bekannt. Aber da sind Sachen drin verankert, wie beispielsweise die privaten Schiedsgerichte, die gerade eben diese Entwicklung noch wesentlich stärker forcieren können. Und vor allen Dingen, was ich persönlich noch schlimmer finde, ist halt der Politik die Möglichkeit nehmen, solche Sachen in Zukunft auch wieder zu korrigieren. Wenn denn die Bevölkerung einmal einsehen sollte, dass dieser ganze Freihandel doch keine so gute Idee war, wenn das erstmal verabschiedet ist, dann ist es irreversibel. Es kann nicht mehr vom Souverän zurückgenommen werden, was eigentlich in einer funktionierenden Demokratie eine Sache ist, die eigentlich gar nicht gehen kann. Hören wir noch einen Anruf? Beim Kapitalismus ist das Grundprinzip Wachstum. Sonst kann er nicht existieren. Und aus diesem Grund, Wachstum kommt nur aus der Produktion. Und deswegen sind die Dienstleistungen alle nichts wert. Naja, das sehe ich nur ein bisschen anders. Gerade eben, also dieser Produktionswachstum, den Sie ansprechen, hat ja auch gewisse ökologische Probleme. Das kann man immer nicht vom Tisch verschieben. Aber gerade bei den Dienstleistungen haben wir momentan ein gigantisches Potenzial, das überhaupt noch gar nicht genutzt ist. Ich meine, ich habe ja auch häufiger mit Wachstumskritikern zu tun, die sagen, ja, dieses exponentielle Wachstum geht ja gar nicht. Und irgendwann sind die Ressourcen aufgebraucht. Da muss man jetzt mal nur an die Dienstleistungen denken. Nehmen wir mal das Beispiel, beispielsweise Altersbetreuung, das ist ein Sektor, der in Deutschland überhaupt noch gar nicht großartig ausgeprägt ist. Was natürlich auch eine Sache ist, die nicht immer in Euro und Cent messbar ist. Wo wir dann schon wieder in so einem statistischen Problem stecken, wie will man das bewerten? Aber das sind natürlich Sachen, wo wir auch in Zukunft noch ein gigantisches Wachstumspotenzial haben. Bildung ist ein weiterer Bereich. Und ich glaube, da sollte man weg von dieser, ich spitze es mal ein bisschen zu, Tonnenideologie immer mehr produzieren. Das ist natürlich nicht die Lösung. Roland Kunz aus Saarbrücken weist darauf hin, dass die politisch Verantwortlichen immer nur eine Seite der Medaille zeigen, nämlich die Ausgaben, aber nicht die Einnahmen. Und über die möchte man nicht reden, weil man hier eine sensationelle Kürzungsorgie durchgeführt hat. Somit kann man dann scheinbar vollkommen logisch begründen, warum man den Sozialstaat noch weiter zusammenstreichen muss. Und wie in den USA zerstört man das Gesellschaftssystem? Was meinen Sie dazu? Ja, vollkommen richtig. Von politisch interessierter Seite wird auch mal gesagt, wir haben keine Einnahmen, wir haben ein Ausgabenproblem. Führt natürlich dann dazu, ist klar, gerade eben vor dem Hintergrund der leicht erhöhten Staatsverschuldung, würde ich jetzt auch nicht dramatisieren, das gespart werden muss. Natürlich muss gespart werden bei den Ausgaben. Zu was führt das? Zu Privatisierungen, zu Kürzungen. Also es ist alles eine, ja, diese ganze neoliberale Politik lässt sich damit zusammenfassen. Und auf die Einnahmenseite wird schon seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht mehr geschaut. Im Gegenteil, die Steuersenkungsorgien haben wir seit 1998 gehabt. Die Einkommenssteuer wurde von zu Kohl's Zeiten 53 Prozent auf jetzt inklusive reichen Steuern auf 45 Prozent gesenkt. Kapitalertragsteuer wurde mehr als halbiert. Gewisse Steuern, die Vermögenssteuer wird gar nicht mehr erhoben. Die Erbschaftssteuer wurden Ausnahme, wurden reingefügt, dass sie für viele überhaupt gar nicht mehr, von vielen überhaupt gar nicht mehr gezahlt wird. Die Körperschaftsteuer für Äußerungsgewinne wurde ganz abgeschafft von 45 Prozent. Wenn diese Steuern, wenn man sie erheben würde heute noch und wenn man diese Steuersenkungsorgie, wenn man die rückgängig machen würde, dann hätten wir auch kein Ausgabenproblem, sondern im Gegenteil, dann hätte der Staat so viel Geld in der Hand, dass er so, so viele vernünftige Sachen damit anstellen könnte, die vor allen Dingen, die auch, ja, die Lebensqualität der Bürger erhöhen und die natürlich auch an ökonomischen einen Impuls setzen können, eben um diese Einkommens- und Vermögensschere wieder zu schließen. Ich möchte mal eine Lanze brechen für einen Teil, zumindest der Reichen, nämlich Unternehmer, die vielleicht 10, 20, 50 Millionen erarbeiten, erwirtschaften, indem sie Wertschöpfung organisieren. Und ich meine, dass man bei diesen Leuten das Geld besser belässt, denn die können was damit anfangen, anstatt es ihnen wegzusteuern. Der Staat wird es schon wieder irgendwie versauen oder sonst wie unsinnig ausgeben. Das Ganze steht natürlich wieder unter dem Damoklesschwert des Euro-Falschgeld-Systems, das uns wahrscheinlich irgendwann um die Ohren fliegt. Das möchte ich nur kurz gesagt haben. Herr, Sie unterscheiden in Ihrem Buch ja auch sehr heftig, also dass gerade unter den reichsten Unternehmen der Welt ganz wenige aus der Realwirtschaft, von der hier die Rede war, überhaupt sind. Richtig. Also ich möchte ja auch keineswegs irgendeinen Kreuzzug gegen Unternehmer führen. Das wäre ja auch komplett absurd. Aber um die Argumente ein wenig zu entkräften, ich meine, diese fleißigen Unternehmer, die gab es ja in Deutschland auch vor 1990 und wahrscheinlich die meisten von denen gab es vor 1990. Und damals gab es ja diese Steuersätze, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Da hat sich auch kein Unternehmer, vor allen Dingen keiner von diesen fleißigen Unternehmern hingestellt und hat ernsthaft sich jetzt darüber beschwert, dass ihm alles weggesteuert wird. Vor allen Dingen, das stimmt ja auch gar nicht. Ein Unternehmer, wie Sie es gerade eben so ein bisschen idealisiert haben, der investiert ja seine Einnahmen und Investitionen werden ja abgezogen. Das heißt, Geld, das investiert wird, das wird ja gar nicht mehr besteuert. Es werden ja nur Gewinne besteuert. Und das ist ja das Problem, was Sie, Herr Albers, gerade eben auch angesprochen haben, dass diese internationalen Finanzkonzerne, die sich mehr und mehr auch an der Realwirtschaft beteiligt haben, Stichwort Heuschrecken, dass die natürlich darauf aus sind, dass das Geld nicht investiert wird, sondern dass das Geld abfließt. Denn das ist klar, man ist auf möglichst kurzfristige, möglichst hohe Rendite ist man aus. Ein Hedgefonds kann kein Interesse daran haben, das ist naturgegeben, dass ein Unternehmen strategisch gut für die Zukunft aufgestellt wird und in 40, 50 Jahren noch wunderbare Produkte produziert. Das ist einem Finanzinvestor, ist das vollkommen wurscht. Dem geht es nur darum, dass er auf sein eingesetztes Geld in möglichst kurzer Zeit eine möglichst hohe Rendite rausholt. und das führt natürlich auch die ganze soziale Marktwirtschaft, mit der Deutschland in der Nachkriegszeit groß geworden ist, komplett ad absurdem. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Würde mir der Autor zustimmen, dass es in Deutschland bereits heute eine politisch gewollte Armut gibt, angesichts der immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich, müsste man doch eigentlich diesen Schluss ziehen? Ja, definitiv. Da gibt es ja auch diesen Begriff der Reservearmee, wurde immer ins Spiel gebracht. Es geht natürlich auch darum, dass die Exportwirtschaft und die Großindustrie ein Interesse daran hat an niedrigen Löhnen auch in Deutschland. Das hat ja Gerd Schröder mal in Davos wunderschön gesagt, was uns in Deutschland damals gefehlt hat, das war ein guter Niedriglohnsektor, jetzt dank der Genderpolitik haben wir ihn. Und das ist natürlich eine politisch gewollte Armut dann, na klar. Was sollte man jetzt tun? Sie haben noch ungefähr anderthalb bis zwei Minuten uns zu erklären, was Sie in Ihren 16 Punkten am Schluss Ihres Buches zusammenfassen. Ja, es geht, also ein Punkt ist natürlich die Steuerpolitik, das ist klar, aber wie gesagt, da es auch um Chancengleichheit geht, wenn das der Markt nicht mehr schaffen kann, dann muss der Staat eingreifen. Beispielsweise ist das im Bereich der Bildungspolitik, aber auch im Bereich der Investitionen, gerade die kleinen Selbstständigen, wo sollen die das Geld aufbringen, um Investitionen zu tätigen? Sie haben keine gute Bonität, kein gutes Rating, was sie Geld von den Banken bekämen, betrifft auch die Eigenheimförderungspolitik. Auch da, die ganzen Selbstständigen beispielsweise, werden von der Bank keinen Kredit bekommen für ein Eigenheim. Und glauben Sie denn, Sie haben ja diese Punkte eigentlich relativ gut erläutert und Sie sind bei weitem nicht der Erste, der das auch in dieser Sendung tut, glauben Sie, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, das durchzusetzen, über die Parteien oder vielleicht auch über Organisationen außerhalb der Parteien? Das wird ein sehr langer Marsch sein, bloß jeder lange Marsch beginnt mit dem ersten Schritt. Und in Ihren Nachdenkseiten, was machen Sie da genau dazu? Ja, in den Nachdenkseiten, also wir verstehen uns da als Gegenöffentlichkeit, auch gegen den medialen Mainstream. Diese und andere Themen werden von uns dort in redaktionellen Artikeln und in unseren Hinweisen des Tages thematisiert, dass die Leser auch mal einen anderen Einblick bekommen in diesem ganzen Themenbereich. Gut, das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute Jens Berger zu seinem Buch Wem gehört Deutschland? Die wahren Machthaber und das Märchen vom Volksvermögen erschienen im Westend Verlag Preis 17,99 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, stelle ich morgen früh auch ins Internet als Podcast. Sie können sich dann runterladen, noch mal in Ruhe anhören, auch speichern. Und ich möchte Sie heute mal ganz besonders hinweisen auf unser Klassikerfach von Fragen an den Autor, also den anderen Podcast, denn da können Sie viele interessante Sendungen zu diesem und ähnlichen Themen nachhören. Zum Beispiel hat ja ein Hörer schon angesprochen, Bernd Engelmann, der vor 30 Jahren Bücher dazu geschrieben hat, da finden Sie mindestens zwei oder drei Sendungen mit ihm. Dann haben wir zum Beispiel 2007 gehabt, Christian Felber, 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt oder auch schon angesprochen 2010 Ulrike Herrmann über den Selbstbetrug der Mittelschicht. Das also wird sich wirklich lohnen, noch mal nachzuhören. Die Diskussion hat schon sehr heftig begonnen in unserem Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de, da können Sie sich auch noch beteiligen. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Ja, und am nächsten Sonntag, da haben wir auch einen Gast, der schon vor über 30 Jahren zum ersten Mal in Fragen an den Autor war, nämlich Kurt Langbein, ein Medizinjournalist. Er hat jetzt ein Weißbuch Heilung geschrieben, Untertitel Wenn die moderne Medizin nichts mehr tun kann. Er war aber auch schon 1983 Verfasser von Bittere Pillen, das ist immerhin mit 2,7 Millionen verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten Sachbücher im deutschen Sprachraum. Ich habe auch diese Sendung nochmal ins Klassikerfach von Fragen an den Autor gestellt. Übrigens höchst interessant, wie harmlos das heute klingt und wie umstritten es damals war. Es gab damals heftige Reaktionen. Er fragt jetzt also, wie Heilung zustande kommt. Gibt es Erklärungen für Spontanheilungen? Welche Rolle spielen zum Beispiel Stress, soziale Anerkennung und ähnliches? Das ist am kommenden Sonntag in Fragen an den Autor. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers. Schönen Sonntag,